Ich denke, auf dem Niveau braucht man eigentlich gar keine Motivation mehr von außen. Jede Spielerin ist selber so motiviert und möchte einfach ihre beste Leistung abrufen. Natürlich will jede Spielerin gewinnen. Klar, wir haben so ein bisschen pushende Musik, aber das war es dann auch. Mehr braucht man natürlich nicht. Ich denke, man ist auch immer von Typ abhängig. Manche machen das, indem sie einfach sehr lautstark auf dem Platz sind und die anderen Mitspieler kommandieren oder halt Kommandos geben und so die anderen Mitspieler mitreißen. Und andere sind dann eher vielleicht etwas ruhiger auf dem Platz und reißen die anderen Mitspieler mit, indem sie einfach selber immer 100 Prozent geben, immer sich voll reinhängen und in jeden Zweikampf reingehen. Klar gibt es Spiele, wo du dich vielleicht davor nicht zu 100 Prozent fit fühlst oder schwere Beine hast oder denkst, es wird heute vielleicht schwer. Aber ich glaube, jeder freut sich, einfach Fußball spielen zu können und einfach auf dem Platz zu stehen. Und ich glaube, da gibt es keine größere Motivation als zu wissen, man kann irgendwie mit der Mannschaft ein Spiel gewinnen oder einen Erfolg feiern.